Tim Budesheim, Schulter-Workout mit Vizemister Olympia Derek Lansford. Sehr, sehr gespannt. Die letzten Tim-Videos waren ja mega geil. What a double type. Was you think about Big Ramy? What you think about Big Ramy? Derrick Lansford, auch brutaler Typ. Auf dem Mr. Olympia war das für mich die schönste Linie. Im Open von Top 5. I see how the tag's right off. Du hast, glaube ich, jetzt Flecken auf der Linse. Ich habe Flecken auf der Linse. Ja, jetzt willkommen zum neuen Video hier im MI40. Willkommen, Derek. Hey, man. Neue Video auf meinem YouTube-Kanal. Der letzte Workout war letztes Jahr, als ich hier in meiner Kampagne war. Ah, die haben bereits schon mal trainiert, ok? Krass, wusste ich gar nicht. Ich glaube, wir schauen uns mal ein paar Hände. Oder haben wir uns das sogar angeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben so viele Videos geguckt, ich habe keine Ahnung. Okay, Schulter und Hände. Und ja, wir werden sehen. Ein schöner Workout hier in einem schönen Gym. Ich liebe diesen Gym. Every time, wenn ich hier stehe, gehe ich hier, um meinen Workout zu machen. Und ja, ich bin glücklich. Das ist das, was mich in Tampa gebracht hat. Und ich bin ehrlich mit dir. Ich liebe diesen Gym, auch, Mann. Wenn du nur hier trainierst, oder in verschiedene Gyms? Ich würde gerne hier und da fahren, in ein paar verschiedene Pläne. Aber das ist mein Home-Gym, würde ich sagen. Du hast nicht so viel Traffic hier, wenn du trainierst. Visor55, danke dir fürs Abo, mein Lieber. Ja, es ist nicht zu schlecht. Ja, es ist nicht zu schlecht. Ich meine, es gibt mehr Köln. Definitiv. Du kannst hier kommen, du kannst einfach fokussieren. Und sie haben das beste Equipment, auch. Also in unserer Leben. Was wir nicht vergessen dürfen, Derek Lansford war vorher 2-12er Athlet. Ist angetreten bei Mr. Olympia letztes Jahr in der Open und hat sich einfach mal den zweiten Platz gesichert. Ne, das ist auch krass. Wenn du hier kommst, kannst du einfach nur deine Hände und einfach nur, was du den Tag brauchst. Die haben, wie du, eine gute Back-Equipment, eine gute Leg-Equipment. Die ganze Back-Side ist einfach auf die Legs. Also, das ist ein tolles Ort, wo du einfach fokussieren und trainierst. Und es hart spielst. Ja. Nice. Gut. Wir sehen. Huh. Ein kleines Problem. Der Derek hat uns so ein bisschen zeitlich auf die Folter gespann, nennen wir es mal so. Er wusste noch nicht genau, wann er es schafft, so welche Uhrzeit. Ich habe gerade meine Pre-Workout-Mahlzeit gegessen und just in time bekam ich eine Nachricht, er ist on the way, er ist ready fürs Training und So gut, bei mir Pre-Workout immer so 90 Minuten vorher, 60 Minuten, dann ist es perfekt. Die hängt mir jetzt noch am Ransen. Ach so, okay, da hat die, da hat zu wenig Pause gehabt dazwischen. Okay, okay, okay. Wir werden deine Workout dieses Mal machen, weil wir das letzte Mal gemacht haben. Okay, okay. We should do German-Style Training today. Okay, okay. German-Style Training, okay? Das Problem ist, Klingel, das Video hat unterschiedliche Lautstärke. Ich pegele jedes Video von Anfang an. Wenn Musik läuft, ist es extrem laut. Wenn die reden, ist es extrem leise. Ich weiß, was du meinst. Ich mache das Tafel und mache 10 Raps. Aber dieser ist schwer und dieser ist sehr schön. Danke. Beispiel, jetzt wird es voll laut. Gerade als die Räte haben wir es unfassbar leise. Ich bin der Räte für mich. Ich bin der Räte für mich. Ich bin der Räte für mich. Ey, geil gemacht bis jetzt. Auch mit der Musik. Die Aufnahmen richtig schön. Und ihr wisst, ich bin kein Fan von reinen Trainingsvideos. Bis jetzt ist es mega geil. Felix, grüß dich mein Lieber. Was geht ab? Genieß deinen Döner, Alter. Ja, wir zocken später. Ich zock Resident Evil. Vielleicht ein paar Ründchen FIFA. Mal schauen. Ich bin der Gast. Ich will dir nicht zeigen, dass du hier ein Gast bist. Ich will nicht mehr gehen. Ich will nicht mehr gehen. Ich finde, Tim muss sich überhaupt nicht verstecken neben einem Mr. Olympia 2 Platzierten. Der sieht brutal aus. Der sieht verdammt groß aus. Richtig massig, Alter. Heftig. Nesco, wenn du das so siehst, dass jeder, der nicht Top 5 kommt, mit dem Sport aufhören sollte, dann wäre der Sport doch ziemlich leerlicher. Ja, dann wäre doch gar keiner mehr am Start, wenn nur die Top 5 weiter trainieren sollen. Wieso macht Tim Leistungssport eigentlich weiter? Das ist ein bisschen falsch formuliert, denke ich mal. Ich weiß nicht, was das ist in Kilo. Aber das ist viel. Das ist mein Top heaviest. So für mich, um es zu halten, 60 oder 65, das ist ziemlich soft. Das ist viel. UNTERTITELUNG 3 4 5 5 Sonst 2 5 3 und 3 5 2 5 5 5 1 5 5 der sieht so unfassbar krank aus alter richtig nice war der früher ringer oder hat der irgendwie mma gemacht hat der so einen blumen color oder sieht es nur so aus das feels good I love that constant tension with the cables especially right after the free weight dumbbells be able to give a little bit more on the dumbbells the free weights this you got to keep it strict that's what he said beautiful reps perfect reps so important especially after going heavy really getting that my muscle connection maximum pump when you just squeeze in the tongue der ist schon jetzt so swollen alter guckt euch mal diese kranken adern an auf der schulter alter wahnsinn dankeschön thank you controlling the weight der hat seinen nacken bei den shrugs so oft gegen die ohren bekommen deshalb geil freunde an dieser stelle eine ganz kurz werbeunterbrechung falls sie mich supporten möchtet und euch stabile supplements gönnen wollt dann besucht die seite esn.com mit dem rabattcode william sichert ihr euch immer den besten die beispielsweise auf das iso clear oder ein stabilen pump booster hier crank pump pro kann ich euch empfehlen und wenn ihr was gutes für gesundheit tun wollt haben wir auch reichlich vitamine wie solche athlete stack also rabatt code william esn.com vielen dank für den support weiter geht's mit dem video 2 1 2 2 3 2 2 4 4 5 4 5 4 5 4 Okay, gut. Geht auf, hier. Geht auf. Speed. All you, bro. Come on, up. All you, bro. Come on, all you, all you. Yes. Strong. Stay strong. Up, up, up. Good. Speed. Constantin. Strong. Up, 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 up. Yeah. Nice. Ich meine, gefühlt seit einer Stunde Seitheben, Alter. Der hat auch so eine perfekte Haut, ne? Der Derrick, der sieht auch im Gesicht so richtig, so fresh aus. Wisst ihr, was ich meine? So richtig frisch, gesund sieht der irgendwie aus im Gesicht. Obwohl er wahrscheinlich fünf Gramm Stoff die Woche drin hat, Alter. Der Mann hat jetzt drei Zwanziger pro Seite, dann ist das, das ist heftig. Man hat ihn gefragt, was der von Big Ramy hält. Ich respektiere natürlich auch Big Ramy vor seiner Leistung in allem. Aber mittlerweile habe ich ja schon in ein paar Streams gesagt, gefällt mir das Ganze nicht. Er hat sich seine Optik komplett verhauen, verbaut. Und ich glaube auch nicht, dass er jemals wieder den Olympiatitel sich holen wird. Glaube ich einfach nicht. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Ja, und die vierte Platz ist Arnold. Das ist nicht ein schlechtes Platz. Nein. Ich meine, schau mal an, wer jetzt competeint. Der Krim der Krop ist jetzt, die Olympia und Arnold. Wir haben ein guter Gruppe von Bodybuilders, die sind hübsch, die wollen besser werden. Sie wollen die Champion sein. Und so, gerade jetzt, es wird es nur noch schwieriger und schwieriger, um Top-Plays zu bekommen. Was hast du denn gerade? Also ich habe ihn gerade gefragt, wie er zum Big Ramy steht, ob er denkt, dass die Karriere beendet ist. Nein, auf keinen Fall. Also, der ist ein Athlet, der immer noch hungrig ist und der sich vergleichen möchte mit anderen. Und dass es letztendlich an jedem selber liegt, wann er quasi seine Karriere beendet. Also, wenn er quasi von der Bühne geht und sagt, er hat keine Lust mehr oder er will nicht mehr starten. Aber das muss jedem selber überlassen sein. Ich glaube, der wird noch einige Jahre mitmachen, der Big Ramy. Ich bin auf der FIBO, ja. Und Samson und Andrew Jack sind brutal. Keine Frage, gefallen mir optisch am schönsten aktuell auch so von der Open. Von der Linie her, vom Posing her richtig schön. Aber ich glaube, Hadi und Derek, das ist einfach nochmal ein anderes Niveau. Die sind da, glaube ich, einen Ticken krasser noch. Aber wie weiß, wir haben ja noch ein bisschen, ein halbes Jahr ungefähr, bis zum Mr. Olympia. Da kann noch einiges passieren, Freunde. Was ich natürlich nicht hoffe, es kann sich auch der ein oder andere Athlet vielleicht mal verletzen oder sonst was. Deswegen, es ist immer spannend, es bleibt spannend. Dass er auf jeden Fall noch ein super guter Athlet ist und dass die Platzierung von der Arnold für der Platz kein schlechter Platz ist. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er denkt, weil er halt einer der Top-Athleten ist, ob er denkt, dass das Bodybuilding in den 90ern schlechter war als heute. Er sagt halt komplett anders und du kannst es einfach nicht vergleichen. Das war eine ganz andere Physik und dann hat er so ein bisschen erklärt, dass... 90er hat mir besser gefallen. ...die Poppen gab im Bodybuilding, verschiedene Eras. Das ist erst so die Most Aesthetic und dann kam so ein bisschen die Masse-Monster. Jetzt geht man so ein bisschen zurück und momentan ist man so in der Zeit, wo man so alles am besten gerne hat. Siehe Samson Dauda oder Andrew Jack, der halt einfach eine schöne Linie hat, trotzdem aber eine gewisse Masse hat. Und letztendlich hat er auch gesagt, das, was ich als Coach immer sage, du kannst nur das Beste aus dir selbst machen. Und wie andere dich dann bewerten und judgen, entscheiden, das bleibt halt denen überlassen. Digga, sind das vier Zwanziger-Scheiben für Frontdrücken an der Schulterpresse oder sind das 15er? Selbst wenn es 15er wäre, wäre das krass. Dann wären es 150... Das ist heftig, Alter. Was sind das für Gewichte? Selbst auf drei Wiederholungen, Digga, das wären dann 180 Kilo. I just need you to photoshop the 25, like a 45, for me? We're waiting, buddy. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wie Tim ausgepackt aussieht. Das sind 45 LB-Platten, ja. 25 meint er, glaub ich. Also LB, okay. Was denn nun? Ich dachte auch die ganze Zeit, das wären die 45er. Der kriegt das gar nicht ausgezogen. Kenn ich diese Probleme. Boah, Junge. Ja, der ganze Zeit, Brudersheim. Ey. Tim hat eine Wahnsinnsmasse, Alter. Ah, okay, okay, okay. Es waren also 25 LBS, alles klar. Trotzdem, starke Leistung. Ihr wisst, Freunde, mein Englisch, not the yellow from the egg, ne? Ich muss immer richtig mich konzentrieren, damit ich höre, was die da sagen. Der sieht off-season so geil aus, Alter, der Derrick. Das ist Wahnsinn. Noch noch schön, dieses dicke Hamsterbacken-Gesicht. Jeden Tag 30 bis 45 Minuten trainiert der Bauch. Ich trainiere Bauch einmal im Monat 5 Minuten, Digga. So sieht mein Bauch auch aus. Okay, der labert. Wollt's schon sagen, Alter. Der hat mich voll verarscht. Der hat mich voll verarscht. Ja. So, ca. 6-8 Sets total. Okay. Bauchtraining lohnt sich auf jeden Fall, aber ich mach's einfach nie. Zu selten mach ich's. Ja, natürlich wird der Bauch auch bei anderen Übungen belastet, beansprucht, safe. Aber, ähm, nicht so isoliert, wie wenn man den separat trainiert. Das ist meine Meinung. Deswegen hab ich auch so einen beschissenen Bauch wahrscheinlich. So, Freunde. Wir pausieren das wieder an dieser Stelle. Sehr, sehr cool gemacht, Mann. Tim macht gerade geilen Scheiß, gefällt mir. Ich freu mich auch auf unser gemeinsames Training diesen Monat im April. Wir treffen uns, ich weiß nicht, ob noch vor der FIBO, ich denk mal eher nach der FIBO. Starte ich dem Tim mal einen Besuch ab, dann werden wir schön trainieren und zusammen in seiner Bürgerei Burger essen. Einladung steht, vielen lieben Dank dafür. Und ja, geiler Scheiß aus USA, gefällt mir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten D sichern mit dem Rabattcode William auf esm.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.